Diese Woche bei DVS-TV. 20 Jahre Schweißlehrwerkstatt in Oberhausen. Bundespreis Handwerk 2014 für Lorch. Kastolin Institut unterstützt Bundesteilnehmer von Jugend schweißt. Und DVS-TV in eigener Sache. Und damit Hallo und herzlich Willkommen. Im Juli feierte die Schweißlehrwerkstatt in Oberhausen ihr 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass kamen zahlreiche Entscheider aus der regionalen Politik, der kooperierenden Verbände und der IHK. Das Bildungszentrum Rhein-Ruhr bildet eine Vielzahl von Teilnehmern in verschiedenen Bereichen der Schweißtechnik aus. Angeboten werden unter anderem Umschulungen zum Anlagenmechaniker oder Konstruktionsmechaniker und es können Fortbildungen zum internationalen Schweißer nach der entsprechenden DIN EN 287 oder DIN EN ISO 9606 gemacht werden. LORCH Schweißtechnik stellte auf der Schweißen und Schneiden MicroStick und Mobile Power vor. Für diesen neuen Entwicklungsschritt hat LORCH den Bundespreis 2014 für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk erhalten. Die MicroStick ist das erste Elektrodengerät mit vollresonanter Micro-Technologie und überzeugt mit einem druckvollen und stabilen Lichtbogen. Um noch flexibler bei der Arbeit zu sein, hat LORCH einen mobilen Akku entwickelt, der für 28 Elektroden mit 2,5 mm oder bis zu 12 Elektroden mit 3,2 mm Durchmesser ausreicht. Zusätzlich kann das Gerät auch mit Tragegurt, Transportgriffen oder mit einer Rucksacklösung mit sich geführt werden. Beim letztjährigen Bundeswettbewerb Jugend schweißt, gewannen zwei Teilnehmer einen dreitägigen Kurs zum Thema Reparatur und Instandhaltung, schweißen einem Gusseisen beim Kastolin-Institut in Kriftel. Für die beiden Jugendlichen ging es im April zum Institut, wo sie neben dem praktischen Teil auch einen Theorie-Teil mit den anderen Teilnehmern absolvierten. Das Kastolin-Institut bietet seit 70 Jahren Kurse für die Instandhaltung und Reparatur in Handwerk und Industrie an. So gibt es auch Kurse zu Themen wie Schweißen an hochlegierten Chrom-Nickel-Stählen oder Pulverflamm-Spritzen. Zur diesjährigen Messe Euroblech in Hannover werden wieder eine Vielzahl von Besuchern erwartet. Sie wollen, dass die Besucher zu Ihrem Stand kommen? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, auf DVS-TV Teil der Sondersendung Messe aktuell zu werden. Egal ob zu den Themen neue Schneidanlagen, Schweißtechnik, Absauganlagen, Automatisierung, Steuerungs- und Regelungstechnik. Ab Ende September können Sie mit Ihren Innovationen auf sich aufmerksam machen. Das war DVS-TV für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann klicken Sie einmal auf Facebook und liken Sie uns. Wir würden uns freuen. Bis nächste Woche. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017